Hallo, herzlichst willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt. Groß Lust an steilen Thesen. Garantiert nicht spoilerfrei. Heute schon eine Ausgabe 146. Mit mir, dem Max. Und dem Christian. Und erstmalig der Anna. Ja, ein Gast. Ja, super. Großartig. Und wir lassen auch durchblicken, dass wir hier auch noch Gäste haben. Der Christopher und der Christian Steiner vom Second Unit Podcast. Der hängt hier auch noch rum. Oder die hängen hier auch noch rum. Alle können zu Hause. Mitten in der Nacht. Ja. Aber wir sind irgendwie so filmverrückt und hängen hier noch im Kinosaal rum. Denn es gab Creature from the Black Lagoon. Der Schrecken vom Amazonas. Aus dem Jahr 1954. Aber ich glaube, ich brauche das gar nicht so genau sagen. Da wir auch noch einen kleinen Zwischeneinschieber haben. Achso. Also ich bremse dich jetzt schon nochmal aus. Das ist total süß, wie du jetzt hier auf Tempo machst. Das heißt, meistens reden wir noch so fünf Minuten, bis wir den Einspieler machen. Jetzt hättest du den am liebsten schon nach 30 Sekunden. Ja, es ist spät. Es ist mittendrin im Fischfestival hier in Rostock. Also jeder hat sozusagen hier einen vollen Terminkalender. Entweder weil er hier arbeitet oder weil er Filme guckt oder weil er irgendwie versucht, auch noch beides zu schaffen. Und wer dann am Ende noch des Tages einen Podcast produziert, da ist dann schon ein bisschen die Energie raus. Aber nichtsdestotrotz hast du da noch volle Energie hier eine Einführung für diesen Film gegeben. Und während du sozusagen schon losgelegt hast, bin ich gerade erst in meinem Aufnahmegerät reingestolpert. Aber passend zu dem Moment, wo du diese wunderschöne Frage stellst, wer hat denn diesen Film schon gesehen oder wer ist zum ersten Mal dabei, habe ich ihn auch Rekord gedrückt. Und das kommt jetzt. Mal die Frage in die Runde. Einmal Hand hoch. Wer hat denn den Film noch nie gesehen? Das ist ja wunderbar. Ich glaube, eine Hand oder so ist jetzt unten geblieben. Alles richtig gemacht, wer sich jetzt gemeldet hat, dass das Anliegen der LIVU Schatzkiste alte Filme dort zu zeigen, wo sie hingehören. Auf der großen Leinwand, wo sie die ganze Pracht und Wirkung entfalten können. Wo man Spaß haben kann. Gemeinsam in einem Kinosaal, wo man das zum ersten Mal dann auch noch erlebt. Besser geht es ja gar nicht. Und damit das nicht einfach so im luftleeren Raum geschieht, gebe ich jetzt noch so ein paar klausurrelevante Informationen und dann weiß nachher jeder Bescheid. Denn so einen Film herzustellen, auch wenn es von 1954 ist, ist gar nicht so einfach. Man braucht da immer eine lange Vorlaufzeit. Ideen müssen entwickelt werden und all diese Geschichten. Und in diesem Fall beginnt unsere Geschichte in den 40er Jahren und ruhig einfach reinrufen, kennt irgendjemanden, irgendeinen dieser Köpfe, die gerade zu sehen sind. Austin Wells. Austin Wells. Da kam einmal Austin Wells und dann war es hier auch nochmal. Sehr richtig. Austin Wells, wenn du möchtest, kannst du hier eine ausmachen. Ja, Austin Wells, dieser völlig unbekannte, untalentierte Typ, der in den 40er Jahren die Menschen dazu gebracht hat, beim Radiohören zu denken, Oh Gott, die Außerirdischen greifen uns an, War of the Worlds, Krieg der Welten hat er inszeniert für das Radio. Dann war beim Essen in den 40er Jahren, also Austin Wells gibt eine Party in den 40er Jahren, vier Leute sind dabei insgesamt, er ist dabei. Dolores Del Rio, seine Freundin zu dem Zeitpunkt. Dann ein Mann, der sich irgendwo aus Delaware hochgearbeitet hat, bis nach New York und dann bei ihm auch in der Schauspiel-Truppe mit war, William Allent, der wird gleich noch wichtig werden. Und dann noch ein Mexikaner, Gabriel Figueroa. Und die sitzen zu viert beim Essen zusammen und man plauscht, trinkt, isst und dann sagt Gabriel Figueroa, er hat da mal so eine Geschichte gehört, er hat mal ein Bild gesehen, das hat ihm mal jemand gezeigt im Amazonas. Da gibt es ein kleines Dorf, da kommt jedes Jahr so ein komisches Wesen vorbei, das auf dem Bild so ein bisschen zu sehen. Und es schnappt sich jedes Jahr eine Jungfrau aus diesem Dorf, lässt das Dorf dann ein Jahr in Ruhe und kommt dann im nächsten Jahr wieder, holt sich wieder eine Jungfrau. Ob diese Geschichte von den Leuten vor Ort geglaubt worden ist, unbekannt, ob sie es ernst genommen haben, ob er es selbst ernst gemeint hat, unbekannt. Was aber bekannt ist, William Allent, dem blieb diese Idee, so ein komisches Wesen aus dem Amazonas holt sich Jungfrau und das blieb ihm im Kopf. Und er hat sich dann entschieden, da muss ich mal einen Film machen. Das fasste ganz gut, er wurde dann Produzent bei Universal und hat dann so eine dreiseitige Geschichte mal bei denen hingelegt und hat gesagt, hier, The Sea Monster, eine Expedition mit einem sehr beleibten Mann trifft auf ein unentdecktes Paradies, eine merkwürdige Kreatur lebt da, die möchte er unbedingt in die Zivilisation holen und diese merkwürdige Kreatur verdiebt sich in eine blonde Frau und am Ende eintet das alles ganz tragisch. Und alle, die dieses Skript gelesen haben, haben gedacht, Moment mal, war nicht 1933 so ein Film mit Namen King Kong? Ja, aber der hatte kein Wasser. Und so wurde diese Idee entwickelt, über viele Drehbuchstufen hinweg. Es gab dann auch viele Arbeitstitel. Mein Lieblingsarbeitstitel dieses Films ist The River of Terror, den hätte ich sehr gerne gesehen. Und was natürlich ganz wichtig war bei diesem Film, die Maske, Kostümabteilung, da sind unter anderem Millicent Patrick erwähnenswert. Und jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Meine Güte, dieser Mann, der so schön aussieht, Rico Browning, kennen wir natürlich alle, genau, das ist der Erfinder der Flipper-TV-Serie. Aber vorher war er eben der Gilman, der Schrecken vom Amazonas. Er hatte diesen Ganzkörperanzug an. Und zu Millicent Patrick noch kurz, die hat ganz viele Entwürfe gemalt und gemacht. Das Problem war bloß, dass der Leiter dieser Abteilung bei dem Film sehr Publicity bedacht war und den Hummer für sich einheimsen wollte. Und als diese Frau dann auf eine PR-Tour geschickt worden ist, hat sie sich an alle Vorgaben gehalten. Aber der Chef war nicht zufrieden und sie hat danach laut den Unterlagen keine Anstellung mehr bei Universal gehabt. Das war also für sie leider sehr, sehr tragisch in diesem Fall, obwohl sie so schön gearbeitet hat. Aber Filmmagie, darum soll es hier heute auch gehen. Es gibt am Anfang des Films eine Szene, ein Motorboot fährt übers Wasser, dann steigen zwei Leutchen aus und dann sind wir im dritten Schnitt unter Wasser. Und denkt man ja, wie dreht man einen Film? Ganz einfach, man stellt eine Kamera hin, irgendwann ist die Szene fertig, zack, dann wird das alles zusammengestimmt und gut ist. Aber nicht so beim Schrecken von Amazonas, nein. Im September 1953 sind wir am Portuguese Band in Kalifornien und füllen diese Außenaufnahmen. Dann einen halben Monat später im Oktober sind wir auf den Universal Studios mit einer Hintergrundaufnahme, die am 5. Oktober wiederum in Kalifornien entstanden ist und filmen diese zweite Szene. Dann sind wir nicht mehr an der Westküste, sondern an der Ostküste. Wir sind in Florida, in Wakula Springs. Dort wurden all die Unterwasseraufnahmen des Films gemacht. Das geschah dann Ende Oktober und dann kommen wir natürlich nachher wieder über Wasser. Und das ist so eine Szene, die ist im Film 30 Sekunden lang und denkt man, ja, einfacher geht es nicht. Nein, man muss also an drei verschiedenen Orten drehen. Es kommen eigentlich nur drei Personen dieser Szene vor, aber die werden von sieben verschiedenen Schauspielern gespielt. Wir haben mindestens zwei Regisseure, die diese Szene gedreht haben. Und dann, zack, knapp ein Monat Drehzeit sozusagen und dann hat man trotzdem festgestellt, ja, so einfach ist Filmemachen. Filmemachen bedeutet aber auch, Szenen zu drehen, um sie dann doch nicht zu verwenden und einfach rauszuschmeißen. Und dann, auch noch relativ zu Beginn des Films, sind wir an Bord der Rita, die sich ihren Weg den Amazonas entlang bahnt, um fossile Geheimnisse zu lüften und Sachen zu entdecken. Und es gab im Universal Studio in der Schnittabteilung einen sehr cleveren und klugen Mann. Der hat ein sehr gutes Auge dafür, ob ein Film funktioniert oder nicht und der hat einmal dazu geschrieben, in dem Film ist es so, dann wird ein kleines Lager, trifft die Rita ein und man merkt, irgendwas ist da nicht so toll gelaufen. Und wir als Zuschauer sehen, oh, da ist irgend so eine Kreatur, das kriegen die Leute noch gar nicht mit. Dann geht es nachher weiter in Richtung der Black Lagoon, dieser Titelgebenden. Und da taucht dann wieder diese komische Kreatur auf. Und der Kollege von Universal aus der Schnittabteilung hat gesagt, vielleicht sollte man eine Szene einfügen, ob es sich um zwei merkwürdige Wesen handelt oder ein Wesen, das dem Schiff hinterher fährt. Dann hat man gesagt, ja, gute Idee, sollte man vielleicht einbauen. Man hat also sich aufs Schiff gestellt, eine Kamera genommen, aufs Wasser gehalten und dann sieht man in dieser Szene, wie dort irgendetwas unter der Wasseroberfläche lauert und dem Schiff hinterher schwimmt. Und wenn dann jetzt im Film diese Szene kommt, dieses Schiff fährt entlang, dann hört man so Musik und hat diese Szene eben reingebaut. Und kurz vor Kino startet man entschieden, nö, die nehmen wir doch nicht, die schmeißen wir wieder raus. Dementsprechend kommt dann eben der Umschnitt, das Schiff groß zu sehen und dann ist plötzlich die Frau zu sehen. Und man merkt ganz leicht, denn rund 60 Prozent des Films sind mit Musik versehen. Da ist so ein abrupter Sprung drin und die Musik, das passt irgendwie nicht. Man hat also die Szene zwar rausgenommen, hat aber nicht mehr daran gedacht, vielleicht könnte man ja auch den musikalischen Übergang nochmal ein bisschen nachbearbeiten. Arupter Wechsel ist auch mein Stichwort. Ich bin nämlich jetzt so ziemlich fertig. Ich wünsche jetzt gleich ganz viel Spaß mit Creature from the Black Lagoon und natürlich auch morgen noch hier auf dem Fischfestival. Dankeschön. Genau, du hast ja schon fleißig von vielen Filmszenen gesprochen, die gar nicht mit drin sind oder diese eben, diese eine. Da darfst du uns gleich nochmal dran erinnern, ich habe das überhaupt nicht mit geschnitten. Ja, ich habe, das Gerät lief, aber mein Gehirn war noch nicht da. Aber bevor wir jetzt hier so gleich reinsteigen, möchte ich das nochmal kurz sortieren. Also genau, habe ich ja vorhin schon gesagt, wir sind mitten im Fischfestival und was ich total schön finde, ist, dass Anna einfach so gesagt hat, ja, wenn ihr meint, wir wollten mich mal dabei haben, dann bin ich dabei. Ich will das mal kurz reinschmeißen. Wir sind jetzt auf dich gestoßen, weil mir das bei Twitter total schön aufgefallen ist, dass du angefangen hast. Also war schon, ich weiß gar nicht, ob du bei Letterboxd in dieser Film-Community mir zuerst ins Gegend gesprungen bist oder bei Twitter, das weiß ich nicht mehr genau. Aber ich fand das sehr interessant, als du angefangen hast, eine Letterbox-Liste zu erstellen mit Filmen, in denen Menschen in Badewannen Zeit verbringen. Trifft es das eigentlich? Zeit verbringen ist vielleicht nicht richtig und die Letterbox-Liste existiert auch immer noch nicht. Achso, gut. Jetzt hast du ein bisschen Druckmechsel, ne? Ja, ich habe richtig Druck gemacht, lieber auf jeden Fall, ne? Ja, mir ist das, ich weiß gar nicht, bei welchem Film zuerst aufgefallen, ich glaube bei Moonlight. Ja. Und bei, ja, bei verschiedenen Filmen, dass extrem viele Szenen, die wichtig für den Film sind, in Badewannen stattfinden. Zum Beispiel auch bei God's Own Country, aus dem letzten Jahr, glaube ich. Da hat die Badewanne bestimmt vier große Auftritte. Und ich habe aus Spaß angefangen, das zu sammeln. Und ja, es kommt immer mehr dazu, mal sehen. Vielleicht schaffe ich es tatsächlich, irgendwann mal eine richtige Letterbox-Liste anzufordigen. Was hat dich bewegt eigentlich, irgendwann anzufangen, so die Dinge, die dich so im Kino oder zu Hause auf Video so umtreiben in Sachen Film, in die Öffentlichkeit rauszupusten? Ja, das fing damit an. Also in meiner Familie spielt Film überhaupt keine Rolle. Ja. Gar keine. Und dann dementsprechend bei mir auch lange Zeit nicht, aber Geschichten finde ich spannend. Ich studiere auch Germanistik und ich mag das auch, Geschichten total auseinanderzunehmen. Und vielleicht jetzt ungefähr drei Jahre schon habe ich tatsächlich entdeckt, dass es Film gibt und dass man das genauso gut auseinandernehmen kann wie Bücher oder Literatur. Und dann habe ich das angefangen und hat mich nicht mehr losgelassen. Ja, und allein die Transformation, das Buch wird zum Film oder umgedreht, ist ja auch schon ganz schön spannend. Da gucke ich zu dem anderen Germanisten hier. Ja, schön, Anna, dass das so spontan geklappt hat und ich habe mich nur gefreut. Also manchmal fühlt man sich in so einer Stadt wie Rostock auch mal so unter den ganz intensiven Szenarsten vielleicht ein bisschen einsam, aber bestimmt nicht in der Schatzkiste hier bei Max. Hast du eigentlich vorher von dem LIWU schon gehört? Bist du hier schon gewesen? Ja, ich war schon manchmal hier. Ja, alles klar. Sehr gut. Ja, richtige Antwort. Ja, für Euro. Was natürlich auch angetragen ist. Ja, wunderbar. Und ja, also ich weiß von dir und von mir, wir kannten diesen Film gar nicht. Wir haben uns da jetzt relativ ahnungslos drauf eingelassen. Max, wie kam es denn dazu, dass dieser Film jetzt hier im Rahmen des Fischfestivals gelaufen ist? Naja, die Anfrage war eben sozusagen von Fischseite, ob man nicht irgendwie eine Schatzkiste machen kann. Konnte man. Und ich habe halt so eins, also konkret Arne, der ja damals bei der Festival-Leiter, ja. Texas Chainsaw Massacre-Folge war ja glaube ich dabei damals. Auf jeden Fall, der hatte eben gemeint, ah schade, dass der weiße High schon mal war. Da habe ich so gedacht, ja, könnte man auch nochmal nehmen, wäre jetzt nicht das Problem. Aber ich habe auch noch so zwei andere Titel direkt im Kopf gehabt, die man so hätte nehmen können. Und eine war eben Schrecken vom Amazonas. Ja. Und den du vorher auch schon kanntest? Ja. Ah ja, alles klar. Der hatte ich auch anders in Erinnerung. Ja, ich glaube anders ist die richtige Bezeichnung dafür. Mein erstes Erlebnis war definitiv nicht so wie dieses heute hier in der Gemeinschaft. Ja, das ist ja hier eine uns ständig begleitende Feststellung, dass sich das ein bisschen verändert. Und es verändert sich auch auf einer so großen Leinwand, bei denen es ja wirklich stellenweise total schön war, was aus dem Material noch rauszuholen war. Ich werde nachher mal so eine technische Sache anmerken, die mir wirklich auf die Nerven geht bei der Restauration. Dass das hier so ständig wechselt, das müsste gar nicht so schlimm sein. Aber jetzt nochmal, wir haben also einen Film aus den 50er Jahren von Jack Arnold gesehen. Und das war jetzt mein erster Begegnung mit Jack Arnold. Diesen anderen Film, dessen Titel mir nicht so gut von der Zunge kommt, der Tarantula. 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 Das liegt auch an der Uhrzeit. Wir schieben heute alles auf die Uhrzeit. Ich kann gar nicht einordnen, ist Jack Arnold in den 50er Jahren sowas wie der Tim Burton der 90er gewesen? Also ich kriege den gar nicht gegriffen. Ich weiß nicht, also oder waren das quasi B- und C-Filme, die auf irgendwelchen Autokino-Leinwänden irgendwie? Ich habe kein Gefühl. Weißt du was aus der Zeit, in der diese Filme gezeigt worden sind und den Kontext? Also ich meine, es ist ja auch die Zeit von anderen Hollywood-Filmen. Ich weiß nicht, wo die einzuordnen sind. Genau weiß ich es auch nicht. Also ich habe Tarantula zumindest gesehen. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich den vor diesem gesehen habe. Aber das ist schon, würde ich denken, B-Movie. Also den Gefahr aus dem Wälder oder It Came from Outer Space habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das ist sozusagen der davor. Den hatten die auch, also auch mit den Produzenten zusammen noch gemacht. Bei Tarantula bin ich mir gar nicht sicher, ob da nicht ein anderer Produzent ist. Aber wenn ich mal so durch die Internet-Voranlandschaft gelaufen bin, dann kam schon so, ja, Jack Arnold, der kann eben diese Monster-Filme und Sci-Fi-Dinger, die inszeniert der eben. Oder in den 50ern. Aber so tief bin ich da auch noch nicht vorgedrungen. Und Tarantula ist auf jeden Fall auch eine Sichtung wert. Muss ich dir mal zuschauen. Ja, du, ich meine, wenn ich die Screenshots sehe, dann freue ich mich total, was ich da sehe und denke aber gleichzeitig, ja, aber ich habe Angst eigentlich immer vor Filmen, die quasi an, also die sozusagen vor Fantasie übersprudeln, aber an bestimmte produktionstechnische Grenzen stoßen und sich total schrecklich ernst nehmen. Dann komme ich meistens nicht drauf klar, so, dann ist das ein sehr unbefriedigendes Kinoerlebnis. Das ist immer meine Sorge und ich glaube, ich nähere mich so langsam an, dass Jack Arnold schon auch mit dem Augenzwinkern unterwegs ist. Das habe ich zumindest heute öfter gedacht. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass wenn ich zwischendurch mal laut auflachen musste, dass Jack Arnold das jetzt unfreiwillig passiert ist, dass man zwischendurch auch ganz schön schmunzeln muss, wenn zum zehnten Mal exakt gleiche Musik kommt, wenn das Monster auftaucht. Das weiß ich nicht, wie das da war. Okay, Max überhält heute alles in den Berg. Wir haben jedenfalls etwas erfahren, das werde ich hier im Anschluss der Sendung recherchieren, das will ich hier mal reingestreut haben, dass es mal eine Fernsehsendung gab, mit Jack Arnold erzählt und der hat dann sozusagen kleine Anekdoten immer noch zum Besten gegeben im deutschen Fernsehen zu seinen Filmen. Also das würde mich dann auch nochmal interessieren, davon wusstest du glaube ich auch nichts, das sei hier nur am Rande erwähnt. Okay, das war also ein Film, in dem was passiert, also war es eigentlich nur ein großer Vorwand, um ganz viele Unterwasseraufnahmen in 3D zu zeigen oder? Naja, wie gesagt, der Produzent hatte halt so diese Idee, King Kong jetzt mit Wasser zu machen oder ursprünglich mal diese Idee und es war dann irgendwie bei der zweiten oder dritten Drehbuchrunde oder so, da hatte irgendwie so ein Freund Arthur Ross hier, hilf mir mal weiter. Das Skript ist immer noch nicht von Universal akzeptiert und der hat dann irgendwie wohl diesen Dreh reingebracht, der Forscher oder der Scientist ist gar nicht mad, sondern er ist good. Also wir haben jetzt eine positive Forscherfigur in diesem Film und das ist ja mal was anderes, was Neues. Und die vermeintliche Monster-Kreatur ist natürlich auch nicht einfach böse, die hat Gefühle und wird ja dann auch im Film durchaus mal gesagt hier so, naja, vielleicht verteidigt er sich ja auch nur, vielleicht will er gar nicht angreifen. Auch da eben so irgendwie den Blick zu kriegen, die Perspektive und naja. Thema Gefühle, da habe ich so zwischendurch gedacht, da kommt noch viel mehr. Ich dachte, das Ganze ist nur so mit ein bisschen Vorlauf, so ein bisschen, fängt es quasi an wie, oh, diese Kreatur und so zwischen den Blättern, ob nun unter Wasser oder oben drüber und irgendwann entspinnt sich daraus eine dramatische, weiß ich nicht, Schön-und-das-Bies-Geschichte so. Das war ungefähr meine Erwartungshaltung. Wie ist dir das ergangen, Anna? Also wie bist du da so reingekommen in diese Monster-Welt? Also ich will jetzt gleich erstmal die These aufstellen, dass das Monster eigentlich der einzige Sympathieträger des Films ist. Also der wird mit so viel Liebe behandelt. Und ja, also ich finde die gar nicht so, du meintest, dass die Liebesgeschichte nicht ausgearbeitet wird. Also ich fand gerade diese, also als Kay, heißt sie Kay, schwimmt und das Monster da drunter schwimmt. Das ist nun ziemlich offensichtlich, auch diese Spiegelung Kay oben und das Monster unten. Auch dieser Gegenshot gegen Kay, wo sie dann gegen das Licht fast nackt erscheint. Also ja, also deswegen finde ich das gar nicht so subtil, diese Liebesgeschichte, die ist dann ziemlich eindeutig ausgearbeitet worden. Ja, ich glaube, ich habe da noch irgendeine Form von Interaktion gewartet. Aber stimmt, das ist schon eine sehr bemerkenswerte Szene. Übrigens auch, ja, ist auch in dem Making-of so drin, dass der eine dann sagt, naja, es ist halt, die haben Sex und Punkt. Also gerade diese Szene eben. Und auch, dass sie da fast nackt erscheint eben mit diesem extravaganten Unikat von Badeanzug. Und, naja, da ist was dran. Und das können eigentlich die Männer nicht ab, ne? Also einer mindestens nicht, ne. Aber das ist, weil du ja auch das mit dem 3D erwähnt hast. Der Film ist eben eigentlich 3D gedreht worden. Man hat dann aus Kostengründen gesagt, den machen wir nur schwarz-weiß, nicht in Farbe. Dann haben wir nochmal 100.000 Dollar weniger, die wir bezahlen müssen. Hätte ich aber auch gerne Farbe, würde mich tatsächlich auch interessieren bei dem Film. Und was eben war bisher, waren eigentlich Unterwasseraufnahmen nur sehr statisch und auch eigentlich ohne bewegliche Kamera. Also in der Hinsicht auch wieder so, ja, heutzutage ist es dann vielleicht James Cameron oder Michael Bay, die da die Technik dann nochmal vorantreiben und dass du eben Unterwasser bewegliche Kamera hast. Und das ist eben natürlich, ist dann wahrscheinlich die Frage, ob die da sich jetzt vielleicht auch ein bisschen dann mal verloren haben in der einen oder anderen Szene, dass es dann nochmal ein paar Sekunden länger geht, so eine Unterwasseraufnahme. Aber dass da eben natürlich das auch mit reinkommt. Und hat man ja auch immer mal so gemerkt, diesen ganz einfachen 3D-Effekt, wir schwimmen jetzt mal auf die Kamera zu oder irgendwas kommt in die Kamera. Ich habe mich bei den Tauch-Szenen übrigens ein bisschen erinnert gefühlt, wie ich bei manchen älteren James-Bond-Filmen manchmal so, ja, jetzt tauchen die erstmal wieder eine Runde und dann schieben die wieder ihre komischen Gerätschaften von A nach B. Und es ist wirklich erstaunlich, mit welcher Begeisterung es, also so 50er, 60er Jahre ist einfach geil unter Wasser so. Und es gab Momente, in denen habe ich mich auch ganz gern drin verloren so. Und dann fiel mir irgendwann auf, oh, es tritt jetzt aber auch hier ein bisschen auf der Stelle. Ja, weil es eben damals noch nicht so oft gesehen war wahrscheinlich. Ist das immer nochmal der Effekt, wo man die Leute locken kann natürlich. Anna, wenn du da jetzt auch schon das zwischen dem Monster und der Frau so erkennst, findest du auch, dass da zwischen den Männern sich was abspielt? Ja, auch relativ offensichtlich. Ja, wir haben insgesamt im gesamten Film nur eine Frau und das ist die Kay und um die dreht sich das ein bisschen. Obwohl ich, ich würde so gern einen Rewatch machen, wo ich nur zähle, wie oft sie am Arm gepackt wird, weggestoßen wird. Ja, oder auch wieder in den Arm genommen wird so. Ja, ja, einfach. Gerade immer, wenn jemand ins Boot zurückkommt, geht sie immer hin und will ihm raushelfen, wird jedes Mal weggeschoben und jemand anders hilft raus. Also war sehr faszinierend. Beim Einmal, wenn die wieder rauskommen, dann macht sie auch so, weil, zumindest im Audiokommentaren so gesagt, ja guck mal auf Kay, sie hat gerade nicht so viel Spaß daran, weil das Wasser halt sehr kalt ist auch gewesen ist und dann wollte sie auch nicht nass werden in der Szene. Dann sieht man richtig so, geht sie sehr stark zurück. Ja, das stimmt. Sie wird eigentlich von allen anwesenden Männern immer auf Distanz gehalten, darf auch nicht richtig partizipieren, also wirklich gar nicht eigentlich, darf gerne mal was mitschreiben, wenn irgendwie das Gestein da untersucht wird. Ja, das macht sie aber auch nur, wenn es ihr befohlen wird. Also alles, was sie macht, das wird ihr zuerst befohlen. Fast immer. Mit einer Ausnahme, genau. Ich gehe mal schwimmen. Das ist ja eigentlich ein bisschen sowas wie die Rettung, wenn dieses Monster sie aus dieser Welt herausreißt. Was wäre das bloß geworden mit den beiden? Irgendwann alle Unterwasserszenen sind jeweils Stuntleute oder Doubles, sind dann in keinem Fall selbst, sind immer andere Leute, also nicht immer andere Leute, verschiedene, sondern sind immer ausgebildete Schwimmer aus diesem Florida Wakula Springs, keine Ahnung wie das heißt. Also der, den Kariaturendarsteller gibt, sind auch zwei verschiedene, einer eben Unterwasser, einer Überwasser und den Unterwasser, das war halt der, als sie dann die Testaufnahmen gemacht haben, ist der da rumgeschwommen und hat gesagt, oh du schwimmst ganz gut, möchtest du nicht mitspielen? Oh, warum nicht? Und so war das dann, ist er zu der Rolle gekommen. Nee genau, und Unterwasser, also auch wenn sie da ihre Kabinettstückchen vollführt, da finde ich, kann man es noch, wenn man es weiß und aufs Gesicht achtet, da finde ich, sieht man das schon, dass sie das nicht ist. Das ist dann eben eine ausgebildete Top-Kunstschwimmerin, die das da vollführt. Ja gut, dass du es sagst, mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen, also es gibt so Momente, wo es was… Filmmagie. Illusion. Oder viele Blubberblasen einfach. Aber ja, eine interessante Anmerkung, dass sie sonst eigentlich immer nur gesagt bekommen darf, was sie machen soll und ich hatte es gerade hier abseits des Mikrofons schon mal einmal gesagt, bei den Testvorführungen… Bei den Testvorführungen und wo die Leute dann immer sagen sollten, na was ist denn gut, was ist schlecht und so und dann ja, toller Film und ja, dieser Kommentar, ach wir leben schon so lange zusammen, also das ist ja nicht, keine guten Sitten, also die sollten schon verheiratet sein oder man nimmt das raus, diesen Satz, ja. Also so was so die, wir haben eine Kreatur und Abenteuer, ja, aber dass die nicht verheiratet sind, also das ist schlecht, nee, nee. Obwohl, es gibt ja einen feministischen Moment in dem Film und zwar vom Dr. Thompson, hieß er das? Hieß er nicht so? Der wurde aber vom Monster dann unterbrochen. Dr. Pfeife, ja. Auf jeden Fall spricht er damit, dass sie gerade ihrem Vorgesetzten nichts schuldet, dass sie die ganze Arbeit allein gemacht hat und der geht sogar ziemlich lange, dieser Dialog, bis das Monster dann ausbricht, also. Ja, gut beobachtet, also weil ich, das hat mich schon so ein bisschen beschäftigt im Vorfeld, also ich habe, alles was ich vorher gesehen habe, waren irgendwelche Standbilder, Werbeplakate und dachte immer, ja genau, da wird jetzt auf jeden Fall eine leicht bekleidete Frau, ständig in der Nähe von Wasser und irgendwelchen Monster, die da auf sie zurutschen und ja, gut, es gab diesen Moment so. Es gibt ja auch noch, also sie ist zumindest ja auch als gebildet dargestellt, sie erklärt auch ziemlich viel, also gerade einen Hintergrund wissen, was man so braucht. Ja. Das macht entweder Daniel oder sie. Ist sehr ausführlich, also. Ja, schön, es freut mich, dass man da so positiv drauf schauen kann. Ich fühle mich auch als Mann immer nur ertappt, dass ich natürlich dieser wirklich sehr schönen Frau gerne zuschaue und zwischendurch denke, Mensch, die ist auch immer wirklich top gestylt und hat schon wieder ein neues Kleid an. Also so manche Erklärungsdialoge sind schon der Hammer. Also gerade wenn sie dann den ersten Tauchgang, glaube ich, machen und dann, ja was sagen dir diese Steine? Warum machen wir das jetzt gerade? Na ja, den Stein und dann wissen wir ja so, ah ja, okay, damit ist erklärt, warum wir da unten gerade nach Stein fischen und warum man die Pflanze mitnimmt. Hier, die Pflanze habe ich dir mitgebracht. Herrlich. Ja. Kann das eigentlich sein, dass wir hier, die zu dritt hier gerade am Podcast-Mikro sitzen, alle Shape of Water noch gar nicht gesehen haben? Ich habe es auf keinen Fall gesehen. Ich auch nicht. Ich gucke immer den Anfang mit und ich glaube, das Ende habe ich auch gesehen. Anna, ich höre so raus, dass du das auch gar nicht vorhast. Doch, ich habe es vor. Es liegt nur auf der Liste und wurde bis jetzt noch nicht in den Griff genommen. Ja, nee, ich habe den schon vor meiner Liste gestrichen, weil ich möchte keine schlechten Goulain-Modell-Toro-Filme gucken, aber das ist ein anderes Thema, worum ich denke, ich weiß das schon, dass das schlecht ist. Und weil jetzt Christian Steiner so zuckt und es war auch eine Provokation, um das mal ein bisschen auszulösen. Christian, wenn du dich magst, kannst du das ja mal kurz reinschmeißen. Also du hast Shape of Water gesehen und es ist ja, also die Vermutung hatte ich auch schon, war einfach nur, weil ich das Kreaturen-Design so aus der Entfernung sah ich Überschneidung. Du hast ja jetzt auch zum ersten Mal diesen Film gesehen. Ja, also ich habe es geschafft, Shape of Water zu gucken, zu besprechen und keine Ahnung von dem hier gehabt zu haben. Und erst danach, auch nach der Aufnahme und so, nach der Sendung, dass halt Del Toro ganz klar Referenzen auf Creature of the Black Lagoon gemacht hat. Unter anderem in dem Kreaturen-Design, aber weil ihr es jetzt auch schon angedeutet habt, ihr habt hier schon Sex zwischen Frau und Monster gesehen und Del Toro hat gesagt, holt mal Bier. Ich zeige euch mal, wie es richtig geht. Und ja, also unbedingt den auch noch gucken. Das ist ein sehr schöner Del Toro-Film, wie ich finde. Nur fürs Protokoll. Und ja, und also eigentlich muss man da, glaube ich, so ein Triple Feature draus machen. Man muss Creature of the Black Lagoon gucken, dann Shape of Water, dann nochmal Creature of the Black Lagoon gucken, um zu sehen, was Del Toro, glaube ich, in diesem Film gesehen hat oder wie er ihn gesehen hat. Weil das schon sehr fantastisch ist, so diese Verbindung zu ziehen. Darf ich da mal zwischengrätschen? Ja, also nicht dazwischengrätschen, sondern, also fällt gerade was ein. Also Christopher Ebert hat auch Germanistik studiert, der ist schon ein bisschen. Ja, wir haben so was eingeschrieben. Erzähl du mal, was du nun mal studiert hast. Ja, der Vollständigkeit halber. Aber hat der nicht auch einen Film gemacht, die Frau aus dem Wasser, oder ist das nicht von dem? Lady in the Water ist, glaube ich, Shyamalan. Ach, der andere gute. Aber das lag jetzt ästhetisch nicht so weit weg. Ja, ja, ich hätte jetzt gedacht, das hätte sein können. Ja, ich meine, Rausch der Tiefe, Luc Besson ist ja auch... Baut ja alles aufeinander auf, vielleicht. Die haben alle Wasser dabei, ich weiß auch nicht. Aber der käme mir auch noch in den Sinn. Ja, also wenn du jetzt Wasser als vereist... Dann ist halt noch der, die große Unbekannte bei mir noch der Sowjetfilm hier, der Amphibienmensch, der auch, glaube ich, aus den 50ern oder vielleicht 60ern ist. Aber wie gesagt, große Unbekannte, ja, aber der zieht auch mit so einem Wesen lang. Ja gut, jetzt kramt dich in meinem Kopf, wie hieß denn diese Fernsehserie mit dem Typen im Wasser und dem Kiemen, ich komme nicht drauf. Nee, kommt ja auch nicht. Das war unsere Zeit, Christian. Das sind noch ein paar andere Anhaltspunkte, in die Fälle. Ja, das stimmt. Okay, aber weil wir jetzt gerade so quasi diese Verbindung bis ins Heute gezogen haben und interessanterweise spielt ja Shape of Water auch in den 50ern. Warum das denn? Und Forscher, es geht um Forscherstationen und so was. Dass wir ja diese Jack-Arnold-Linie irgendwie schon versucht haben zu ziehen und dass natürlich auch diese Creature from the Black Lagoon ja in der Tradition steht, als Universal eben mit seinen Monsterfilmen groß geworden ist. Also wir haben ja auch schon den Wolfsmenschen gehabt. Wir haben uns mit Dracula auseinandergesetzt. Das sind ja die, die in den 30ern waren. Also der ist ja quasi die 20. Auskopplung des MCU, wäre das dann heutzutage so ungefähr. Ja, also wir haben Phantom der Oper, Schrecken vom Amazonas, Der Unsichtbare. Ich musste sehr stark an Der Unsichtbare denken, den hatten wir auch schon in unserem Archiv. Wenn dann der Dr. Pfeife da sein Gesicht eingewickelt kriegt. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Schlussszene erinnern kannst. Oder an diese Schlussszene, wie wir sie vor allen Dingen auch gesehen haben. Ganz bei der Unsichtbare, bei dem Kopf der Eis verbrannt hat. Dracula, Wolfsmensch, die Mumie. Die haben ja quasi alles sich durch Literatur und sonstige Geschichten durchgeackert und das verfilmt. Und dass der quasi ja, wo es in den 30ern losging, kommt man jetzt in den 50ern damit nochmal an und da irgendwie anzuknüpfen, anzuschließen. Das ist ja auch noch so eine Verbindungslinie. Was war denn die Publikumsresonanz zu diesem Film? Also soweit ich das mitbekommen, hat der irgendwie so 600.000 oder sowas gekostet und hat nach ein paar Wochen drei Millionen schon eingespielt in Amerika. Also ich meine, das kann ich ja mal sagen. Also ich mochte diesen ganzen, wir sind so auf Abenteuerreise-Teil ganz schön. Also damit habe ich dann auch wiederum nicht gerechnet. Ich bin ja tatsächlich mit niedrigen Erwartungshaltungen reingegangen. Und dieses, wir machen uns auf die Reise. Es gibt diesen herrlichen Typen, den Steuermann, den Kapitän, der sozusagen ständig so diese schmutzige Grinser. Manchmal denke ich so, ist das ein entfernter Verbander von Sean Connery irgendwie? Also er hat sowas Verschmitstes so und ist natürlich auch total aufgesetzt. Aber ich mag den sehr gerne. Ich habe auch übrigens gedacht, dass der sich dann als sehr brutaler Typ noch immer weiter herausstellen würde und deswegen auch bald getötet werden muss. Aber der blieb ja dann doch eher einer von den, ja, also eher sympathischen. Ich würde dir übrigens dabei pflichten, Anna, dass das also wirklich sehr überschaubar ist mit sympathischen Figuren. Aber als es dann diesen Moment der Reise gab und ich merke, okay, das ist also auch kein Film, der mir jetzt nach der Hälfte der Zeit nochmal ein paar neue Figuren um die Ohren haut. Nee, das ist es. Das ist das Setting. Die sind alle sehr, mit sehr groben Linien gezeichnet, aber sie sind da. Und es macht auch Spaß. Also das ist ein Moment, wo ich dachte, ja, Jack Arnold sitzt nicht bierernster mit seinem Drehbuch, sondern die haben wirklich ein bisschen Freude daran. Und auch sozusagen das Exotische dadurch irgendwie so, ja, wir haben da halt dieses tolle Archivmaterial, wie dieses Krokodil da rumzuckt, so, das wird dann dazwischen geschnitten. Und dann nochmal. Ja, und das nächste Mal, wenn es dann ein bisschen dunkel wird, dann sitzen die vor großartigen Tapeten. Aber das ist, also das hat tatsächlich, also in sich ist das total stimmig. Es ist wirklich eine kleine Abenteuerreise. Also wäre es für Kinder gemacht gewesen, hätte ich es als Kind großartig gefunden. Also ich muss auch sagen, mir geht da auch immer noch, geht das Herz auf, wenn dann eben auch diese Grotte, diese Lagune dann tatsächlich mal zu sehen ist, diese Bauten und wie du sagst, eben auch so quasi die gemalten Wände vom Studio und so. Ja, da habe ich ein großes Herz für. Auch wenn heute natürlich auch viel gelacht wurde. Es war eine schöne Stimmung so im Saal, fand ich. Das ist natürlich nochmal an ein oder anderen Szene vielleicht ein bisschen anders gelenkt, als ich mir vielleicht erhofft oder gewünscht hätte. Aber so ist das dann eben. Darf ich dazu mal was sagen, weil du das vorhin schon sagtest. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran vielleicht, ob man das alleine guckt oder mit so vielen Leuten. Also dass so ein humoristischer, sowas reinkommt, sowas lustiges, das liegt glaube ich wirklich daran. Also alleine, ich glaube, wenn ich das alleine geguckt hätte, hätte ich auch schon ein bisschen Gruselstimmung gehabt. Also es wäre schon ein bisschen, also es wäre schon anders. Also es ist ja, viele Lacher, glaube ich, kamen ja zum Beispiel auch dadurch, dass das heute einfach so extrem, extrem abgedroschen ist. Wenn dann, da steht jemand da und dann kommt so eine Hand auf die Schulter und oh, ach, wie konnte ich mich nicht mehr schenken. Ja, das, zack, das haben wir fünf Millionen Mal gesehen. Selbst wenn wir nur drei Jahre Filme geguckt haben, dann weiß jeder, ja, das ist halt so. Oder wenn dann nochmal, ach ja, jetzt kommt wieder das Monster, ist uns völlig klar, wenn diese Musik kommt. Und was für eine Wirkung die Musik hat, wissen wir, haben wir alle gerade noch die neue Spätfilmfolge gehört zum Thema Star Wars Episode 5, wo dann schon die kleine Tochter wusste, ja, es war nicht die Musik bei Darth Vader, also kann das nicht Darth Vader sein. Ja, so und ja, all diese Sachen und. Habt ihr euch auch zwei Takte von John Williams der weiße Highscore rausgehört? Ich denke, John Williams hat Henry Mancini sehr intensiv studiert, ja. Also es ist ganz so, ich finde es ganz so, kommt es ja, ich war kurz davor, es kommt doch nochmal. Kommt doch nochmal ein Hai durchs Bild auf einmal. Das ist so ein Dim, Dim, dann war es schon vorbei, aber es war kurz da. Ja, auch wie schön sich immer auf diese Flosse konzentriert wird. Schon ganz am Anfang und das kommt bestimmt, lasst mich nicht lügen, siebenmal in allen Variationen, ja, perfekt. Also toll ist es vor allem, die ersten beiden Male fast exakt gleich kommen, ja. Ich würde sagen, es ist auch einfach die gleiche. Auf Ufer kratzt ganz langsam, doch wirklich toll. Also was immer mal kurz vielleicht wirklich eine unheimliche Wirkung hatte und das hat es wirklich immer wieder auch gehabt, wurde durch, also aus, also draufhalten einfach auch immer wieder, ich würde nicht sagen zerstört, aber vielleicht sogar wirklich absichtlich so. Komplett ausgereizt. Ja, ja, ja. Und dann aufgelöst, also so, das ist ja auch irgendwie schön, einen Film zu sehen, von dem ich eben die ganze Zeit auch davon ausgehen kann. Nee, so richtig bedrohlich wird es nicht, also ich darf so auf Oberda überhaupt. Aber ich stehe mir so viele Menschen, Christian. Ja, ich meine, die ersten Toten, das ist unangenehm. Ja, also was, wenn das Zelt dann so wackelt und es klingt schon, also auch da die Anekdote ist, die Schreie von der Kreatur haben sowohl getestet mit langsamer Oper, langsam abspielender Aufnahme oder Nebelhorn unter Wasser tuten lassen. Und vor allem auf jeden Fall ist belegt, dass Steven Spielberg bei Duell, bei irgendeinem der Zusammenstöße, die dort mal im Film vorkommen, sich diesen Schrei genommen hat und den bearbeitet hat und der dort schlummert. Also diese Linie zum Weißen Hai, die sich auch in bildlichen Formen finden lässt, ist auf jeden Fall da irgendwie vorhanden. Also auch, klar, das ist dann auch die Generation Filmmacher, die dann vielleicht damit irgendwie mal groß geworden ist. Das ist ja dann der Einfluss dann irgendwo da. Ja, und jetzt muss ich gerade die ganze Zeit daran denken, wie es in einer Einstellung richtig schön zu sehen ist, wie die Kiemen sich so immer so auf- und abbewegen und dann dieser Fischmund, der so auf- und zu geht. Also einerseits wirklich gewagt, lächerlich, aber in sich total logisch. Also es ist halt dieses Fischmenschwesen-Ding so. Wie toll auch das Kostüm ist, dass du dann auch diese Kiemenbewegung machen kannst. Ja, das finde ich auch enorm beeindruckt. Wie gesagt, da geht mir auch dann das Herz auf, gerade wenn hier auch man sich so das Hintergrundmaterial anguckt und alles zerstört und es existiert halt einfach gar nichts mehr davon, von den Originalsachen. Aber da ist halt ein Mensch, der hat in diesem Kostüm gesteckt, das haben die da gebaut. Das war hauteng, hat auch der beim Audiokom und ist dann auch so, naja, wenn die jetzt festgestellt hätten, die wären klaustrophobisch, dann hätte das wahrscheinlich nicht funktioniert, weil steckst du drin, nach drei Stunden anziehen sozusagen. Und dann eben, ja, diese hydraulischen Effekte noch da, wenn die da irgendwas noch verkabelt und gedingst haben. Das ist, auch wenn man irgendwie sieht, die Augen, ja, irgendwie reagieren die nicht so. Das muss irgendwie so angeklebt sein, so ungefähr, und der Mund. Und dann ist die Szene ja irgendwie doch anderthalb bis zwei Sekunden vielleicht zu lang für heutige Verhältnisse. Aber trotzdem ist da irgendwo bei mir dieses Sinn fürs Wundersame, für das Fantastischste einfach da, dann auch der kleine Junge, der sagt, wow, geil, cool, der atmet, das gibt's echt, das Ding, da möchte ich nicht in den Amazonas, nein, nein, ich bleib da weg. Wie haben die das denn unter Wasser gemacht? Also das fand ich echt fantastisch, wenn der da wirklich geschwommen ist, das sah alles andere als billig aus. Also auch, ne, der hat dieses Kostüm angezogen bekommen und, ja. Luft angehalten und ab. Es ist die Methode des Schlauchatmens, also da würde dann, entweder irgendwo unten gab's einen Schlauch oder der wurde von oben reingelassen, war natürlich nicht im Bild, hat da dran gesaugt, hat dadurch Sauerstoff gehabt und je nachdem, wenn die Kamera irgendwie gewunken hat oder, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, und dann hat er gesehen, aha, und dann ist er losgeschwommen und, ja, und sein Signal war, er bewegt sich einfach gar nicht mehr, dann wissen die anderen Leute, okay, wir müssen ihm jetzt schnell den Schlauch geben, egal, ob die Szene jetzt gerade schon im Kasten ist oder nicht, damit er da wieder Sauerstoff kriegt, genau. Und er war irgendwie, oder, die haben, wie gesagt, da irgendwo in Florida, so ein, ich kenne das nicht übersetzt, Wakula Spring, so ein Wassertempel, was auch immer, wo eben das so eine ausgebildete Schwimmer sind und mit denen dann eben da zusammengearbeitet, ja. Ganz tolle Aufnahmen, ganz toll. Und das Geile ist, der Typ, der im Vorspann genannt wird für Director of Underwater Sequences, der hat sich nie unter Wasser befunden, weil der wohl nicht schwimmen konnte oder irgendwas und der Produzent hat die Geschichte erzählt. Kompensationen ermöglicht unglaubliche Dinge. Ja, also der Produzent hat erzählt, naja, der ist dann mal vor Ort gefahren, weil die ihn angerufen haben, irgendwas funktioniert halt nicht so richtig und dann war er da und der lag da oben sozusagen auf so einer Eisscholle, auf irgendeiner Plattform und hätte so runtergeguckt und hat natürlich nichts gesehen, weil die 30 Fuß tief da irgendwas machen, ist er runtergegangen. Ja, wir drehen ihn einfach so ein bisschen und er winkt dann mal oder so. Und der Schauspieler, der eben den Amphibienmenschen gespielt hat, hat gesagt, naja, also er hat dann schon mal irgendwie mal ein Kommando gegeben. Also er würde sozusagen beiden, den Kameramann würde er als Regisseur bezeichnen, als auch der Typ, der das eigentlich machen sollte. Aber dass er sozusagen allein den Credit dafür kriegt, naja, das ist vielleicht nicht so ganz hundertprozentig zutreffend im Detail. Okay, aber genau, also auf jeden Fall eben, wie gesagt, die Kameratechnik da nochmal weiterentwickelt, weil es wohl bis dahin, die Unterwasseraufnahmen immer starre, fest aufgebaute Sachen waren oder so. Naja, du, ich war auch total beeindruckt von dem Fotoapparat, den die Figuren da einmal mit runternehmen. Ich dachte, ach geil, sowas gab es doch schon und es ist großartig aus. Vor allem, weil man in der Linse sehen kann, dass dieser Fotoapparat schon voll Wasser gelaufen ist. Ach, wirklich? Ja. Du guckst so verdammt genau hin. Hast du dir eigentlich zufällig merken können, was das für ein Zeug ist, das die dort ins Wasser streuen, das dort alles tötet? Nein, ich habe mehrmals hingehört. Ja, Rotenon oder Rotenol oder sowas. Es ist nicht echt echt, aber es gibt so ähnliche Varianten wohl in Insektenmitteln. Ah ja. Ah, deswegen der Vergleich mit dem Moskito. Und ist das für mich zum Beispiel auch eine der stärksten Szenen, auch wenn ich da einen Gekicher bei dir gehört habe, Christian, wenn sie dann natürlich so ganz offensichtlich plötzlich raucht, okay, du hast ja noch gar nicht geraucht und dann wirft sie eben so diese Kippe ins Wasser. Und die Sicht sozusagen des Amphibienmenschen wieder der Zigarettenstummel, der sehr lange Zigarettenstummel, der Einzug genommen so ungefähr, dann sieht er das. Und dann kommt eben so kurz danach, wie sie diese zweite Runde da rausschmeißen, wie sie das dann eben alles so wegschießen, wo dann sozusagen ja doch kommt, und ja, anscheinend hat er da nochmal kurz so ein bisschen was politisch mit einschieben wollen. Ja, ich meine, ich lache deswegen, weil ich für den Moment dachte, nichts bringt dieses Wesen nach oben. Nichts bringt das sozusagen unter Wasser wirklich in Gefahr, außer diese Zigarettenstummelde, weil du ja jetzt auch noch rauchst. Ja, aber das ist diese Moral, die dann manchmal so rausbricht, so gerade auch dieser Shot auf diese ganzen toten Fische, nachdem sie diese Chemiewaffe eingesetzt haben. Ja, dieses Eindringen da und einfach alles mögliche machen, auch das spiegelt sich ja im heutigen Film hier, Kong, Skull Island, da war das ja ähnlich, wo dann das Militär, ja, wir bomben hier jetzt alles weg, nur damit wir da das Vieh aufwecken und, na gut, dann stellen Sie fest, naja, war vielleicht doch nicht die gute Idee, weil wir da noch viel mehr aufwecken. Ja, aber das hier dann eben auch so ein bisschen drin ist, heute so einfach mal eine Zigarettenkippe achtlos wegwerfen, wir wissen, die sind sowieso schon gesundheitsschädlich und dann müllen wir auch noch die Weltmeere zu und, ja, das haben wir schon vor 60 Jahren gewusst oder haben wir schon ein kleines Statement abgegeben auf jeden Fall da. Man könnte auch mal so ein Biotop, so ein Ökosystem einfach mal in Takt lassen und dann nicht alles kaputt machen. In durchaus sehr grobschlechtiger Form wird ja so eine aggressive, vielleicht militärische Idee gegen die wissenschaftliche, neugierige Idee so ein bisschen immer verhandelt. Und man könnte ja sagen, also wäre schon besser gewesen, wenn mal zwischendurch einer auf die Idee gekommen wäre, in Kontakt mit diesem Wesen zu treten, also auf eine friedliche Art. Das hat ja selbst die Wissenschaft nicht so wirklich versucht. Ist das eigentlich eine Folge des Atomwaffengebrauchs im Zweiten Weltkrieg? Also dieses, man muss das sozusagen so als großes Thema so gegeneinander stellen, also lass es uns einfach vernichten oder lass es uns betäuben oder töten und dann was damit machen. Und die andere, nein, wir müssen vorsichtig und wenn wir jetzt was mitnehmen, müssen wir auch den Kontext kennen. Also ich komme jetzt nur gerade drauf, weil du nochmal King Kong reingeschmissen hast, der ja auch letzten Endes ein Plädoyer für eine friedliche Idee zum Aufeinanderzugehen irgendwie ist, auch wenn man so unterschiedlich ist wie King Kong und die Menschen. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob dann sozusagen damit, so wäre es richtig, sondern vielleicht aber zumindest natürlich ein, also das ist jetzt falsch hier, natürlich brauchen wir Geld für die Forschungsexpedition, aber nicht eben um jeden Preis. Ja, das ist ja das so, haben wir das da und wir haben ja im gleichen Jahr auch Godzilla 54 und da ist das dann nochmal eine ganz andere Kragenweite, was so das Thema Atomkrieg oder die Bedeutung der Bombe dann angeht. Ja, aber nee, ich kriege jetzt den Bogen gerade nicht. Den musst du auch nicht. Ja, ich weiß nicht, vielleicht bei dir Anna, siehst du da noch weitere Themen, die da noch so mit drin stecken, die vielleicht fast nebenbei vielleicht gar nicht richtig beabsichtigt und doch total ein Teil auch vielleicht dieser Zeit, in der der Film entstanden ist? Ja, vielleicht nehmen wir da Zeit, aber ich fand es schon interessant, dass das Monster, wenn man es so nennen will, erst aktiv wird, als aktiv in seinen Lebensraum eingegriffen wird. Und ein bisschen wird das mit dieser lächerlichen Blume gezeigt, die da aus den Tiefen hochgeholt hat. Also grundsätzlich sehe ich es ähnlich, würde aber jetzt natürlich dagegen halten, naja, wir haben den Angriff auf das Camp, wo sie die Klaue gefunden haben und da tötet er die beiden im Zelt. Warum macht er das? Die Grabständung. Ja, das kommt drauf an, inwieweit man den Lebensraum sieht, also das Camp liegt wahrscheinlich auch in seinem Lebensraum. Also es ist ja außerhalb der Lagune, fahren ja danach noch weiter, aber wäre vielleicht zu überlegen. Aber zum Beispiel am Anfang sind es ja die erste Expedition unter Wasser, die auch so lange dauert, dann flieht ja sogar das Monster, dann sind die zwei, Mark und David, sind diejenigen, die angreifen sozusagen. Die haben auch die Harpune schon dabei und er flieht eigentlich nur und sie schießen sogar schon auf ihn, obwohl er einfach wegschwimmt. Also ich bin ganz klar auf der Seite von diesem Monster, der hat mich überzeugt. Der schon zwei Menschen auf dem Gewissen hat. Das Camp ist schon ein guter Einwand, ja. Es wurde schon so oft in diese Welt eingedrungen. Ja. Es ist ja auch ziemlich einsam offenbar, weil, ja es gab auch da wohl mal Überlegungen, so Thema Frankensteins Braut, hat der vielleicht auch Kinder, Frau, Familie, entfernte Verwandte? Oder ist ja eben schon fünf Milliarden Jahre alt und hat immer noch, ja scheiße, was mache ich denn hier den ganzen Tag? Komm endlich mal her hier, so eine Expedition, kann ich auch mal was erleben. Tja, wenn die Sexualität dieses Unterwasserwesens so aussieht, dass man beim Schwimmen unter der Frau nur so guckt, so. Und wenn dann auch noch ältere weiße Männer mit Bart kommen, die auf mich schießen, die sind ja am Ende dann diejenigen, die es so doll verletzen, dass es da wegfällt. Tja, das ist sie also, die Kreatur aus der dunklen, schwarzen, Black Lagune. Black, schwarzen Lagune. Warum ist der Schrecken vom Amazonas, bezieht sich das auf irgendwas anderes? Ist das wieder nur eine wunderbare deutsche Erfindung? Also es war so, dass das Clip oder der Titel des Films war lange einfach nur Black Lagune und dann wurde eben Universal intern mal gesagt, so, wir möchten jetzt nicht Monster und nicht Beast oder so im Titel haben. Also, dass es nicht so gleich in Richtung B-Filmecke geht, schleudert mal eure Vorschläge raus. Demon of the Deep, Sea Demon, wie gesagt, River of Terror. Krass, weil ja It Came from Outer Space war ja vorher, dann It Came from Out of the Water und die Deutschen waren dann wahrscheinlich einfach, komm, Schrecken vom Amazonas, wir klatschen das Ding da vorne drauf, alles gut und dann ziehen wir damit die Leute an. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das ist irgendwo so. Ich habe ja vorhin was Nerdiges angekündigt, ich versuche das mal kurz zu machen, was mir heute bei dieser digitalen Fassung aufgefallen ist, die wir geguckt haben und mich würde wirklich sehr interessieren, wie euch das geht und ob ihr das überhaupt so bemerkt, weil es gibt da eine technische Komponente, dass ich glaube ich innerlich immer sowas wie ich zähle den Pixel und es gibt so einen Moment, wo mich das ärgert, dass bei Restaurationen sehr oft Folgendes passiert. Es gibt Momente, in denen sieht das Bild wirklich fantastisch klar aus und ich denke so, ist das geil eh, wir sehen dieses Zeug aus den 50ern. Ja, es hat jede Menge Filmkorn, es hat viel Bewegung, aber es hat eine Schärfe und Tiefe, also gerade wenn es die tatsächlichen Aufnahmen sind und nicht gerade wieder irgendwo hinter der Leinwand, von der Leinwand rumgurken. Dann freue ich mich richtig darüber, dann ist das wirklich wie eine kleine Zeitkapsel und dann gibt es immer wieder Schnitte in unscharfe Bilder und nicht selten sind wir dann in einem unscharfen Bild, wenn irgendwann, vielleicht manchmal 20 Sekunden später, eine Blende in die nächste Szene kommt, die dann auch so lange unscharf ist, bis es den Schnitt wieder sozusagen einen harten Schnitt gibt und dann sind wir wieder also in der vollen Auflösung und der technische Hintergrund ist, wenn ich eine Blende mache, dann ist diese Blende ja dadurch entstanden, dass ich vereinfacht gesagt das Original negativ nehme und Stück für Stück sozusagen übereinander lege, um es zu verblenden. Und dadurch vernichte ich das Original negativ und ich habe nur das Positiv übrig und das Positiv ist halt über all die Jahre ganz schön zerschlissen worden und wird deswegen immer in so einer unscharfen Variante gezeigt. Das Blöde ist, sie könnten einfach nur für den Moment der Blende es unscharf machen und es könnte davor und danach trotzdem scharf sein und ich merke immer, mich nervt das, dass ich mir so lange in so ein matschiges Bild gucke. Merkt ihr das oder ist das einfach mein bekloppter technischer Blick? Also mich stürzt es ehrlich gesagt nicht so sehr. Ja, super. Aber es fällt dir auch auf. Es fällt mir auf, ja. Die Bildqualität ändert sich stark. Aber mir macht das nicht so viel. Ja, das ist total beruhigend so. Es ist was, wo ich bei Tarantula erstmalig drüber gestolpert bin, da ist auf der Blu-Ray, wie oben war das, ich glaube einmal die 4 zu 3 Fassung und dann nochmal eine Scope Variante oder vielleicht auch Breitbild 1,85 zu 1. Da hatte sich rausgestellt, Universal hat das 1,33er Master genommen und weil der Film anscheinend auch mal 1,85 zu 1 oder 2 zu 1, weiß ich jetzt nicht mehr genau, vorgeführt worden ist, wollten sie auch das irgendwie mit darstellen und haben aber einfach nur von dem 4 zu 3 das genommen und aufgepustet. Und ich habe die starke Vermutung, das ist mir bei der Vorbereitung aufgefallen, denn auf der alten DVD ist es noch in 4 zu 3 das Bild und man hat oben und unten mehr, sieht man dann Sachen, was auch im Audiokommentar dazu führt, dass er dann beschreibt, oh der erste Drehtag, wir fahren mit der Rita und was ist das da, wo kommt dieser Telefonmast her? Ja, den siehst du in dieser Fassung nicht, weil der oben am Bildrand war und jetzt nicht mehr vorhanden ist. Ich mutmaße und lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, dass sie das gleiche gemacht haben. Sie haben das 4 zu 3 Master, was irgendwo wahrscheinlich existiert, dann nochmal oben und unten einfach abgeschnitten und damit das nicht zu wenig ist und dann aufgepustet, statt eben das tatsächlich so abzutasten und dann sich das zu nehmen, was dann natürlich manchmal so, oder nehme ich an, deswegen sieht das manchmal so aus, als wäre das eben aufgepustet und aufgeblasen und genau, hängt dann davon ab, ob man auf sowas achtet, wie man sowas wahrnimmt. Es gibt auch Leute, die merken ja nicht, dass bei Sitcoms noch eingespielte Lacher sind, wenn man sie nicht drauf hinweist. Das finde ich ein Segen, wenn man das nicht mitbekommt. Einfach nur, weil ich dieses Tarantula-Sachen mal mitbekommen hatte, würde ich davon ausgehen, weil es eben auch Universal ist, gleicher Zeitraum so, könnte das ähnlich sein, Vermutung. Keine, eine steile These. Ja, das ist halt echt, das ist für mich ein Nebeneffekt von, also dadurch, dass wir die Zeit verlassen haben, indem man mal so eben die original Kinokopie sozusagen hier vorführen könnte, man nicht abgesehen davon, dass das zum Beispiel auch in diesem Saal schon gar nicht möglich wäre, hier ist gar kein 35 Meter Projekt, jedenfalls nicht in diesem Saal und wahrscheinlich gibt es gar keine vorführbare Kopie mehr aus den 50ern, jedenfalls keine, die damals gelaufen ist. Und die müsste dann auch noch 2D sein. Und so weiter und so fort, genau. Also es ist so, dann entstehen halt solche Sachen, dass halt manchmal Leute, die mit der Productionsgeschichte dieses Films gar nichts zu tun haben oder nicht vertraut sind, Entscheidungen treffen an einem Computer und nun ja, das treibt mich ein klein bisschen um, aber okay. Wie fandet ihr denn die Geräuschkulisse? Also wenn dann die Vögel und die Jagd und Brunftschrei, wie es uns denn mal kurz erklärt worden ist? Also ich vermute, da waren Menschen am Werk, die mal im Tonstudio ein bisschen Spaß hatten. Ist das so? Ich weiß es auch nicht. Achso, ich dachte, das kommt mir zu einer Anekdote. Ich habe mir diesmal enorm aufgefallen, was da und wie lange manche Schreie auch gehen und so. Ja. Es gibt ja diesen großartigen langen Schwenk über die Dschungellandschaft. Unaufhörlich und dann auch mal die gleichen. Ja, ja. Mit sehr intensiven Schreien, ja. Ja, auch die Affenschrei in Kombination mit dem Konflikt zwischen den zwei Hauptprotagonisten. Oh ja, wo das wie ein Kommentar ist. Ja, ja. Perfekt. Ja. Also bei mir hängt da immer noch ein bisschen mein Herz mit dran und ich weiß, dass ich bei der ersten Sichtung habe ich glaube ich noch mehr so gedacht, oh ja, da hat so die Umweltbotschaft mit drin und macht nicht nur Blödsinn mit den Sachen. Ich muss auch bewusst damit umgehen, was dir da der Umwelt antut und damit langfristig natürlich auch uns selbst, wir Menschen, dass wir das dem Planeten schaden und solche Dinge. Heute war die Gewichtung ein bisschen anders, worauf man dann im Film sogar, wo ich so im Film drauf geachtet habe und natürlich durch die Stimmung im Saal dann manches so ein bisschen anders gewählt und wahrgenommen habe. Gerade die Bilder, wenn dort dieses reingestreut wird, das weiße Pulver oder es dann auch in diesen Stückformen so runtersinkt und so. Es wird ja immer absurder und dann dieses Rumgesprühe unter Wasser, also das hat schon was wirklich sehr, sehr Brutales und Gewissenloses zu der Umgebung. Wir wollen jetzt ein Ziel erreichen und alles, was uns jetzt technisch irgendwie einfällt, machen wir so, egal wie radikal das ist. Könnte man dann auch wieder das Sexbild noch weiter spinnen natürlich, wenn also mit so einer Hochdruckpumpe da so weißes Zeug rausgeschleudert wird. Ob das nur für den Däree-Effekt gemacht wird? Ich habe das nachher unter Wasser nicht mehr gemacht, aber tatsächlich als sie es einfüllen und es so ein bisschen übersuppt oder hat es so, das wirkte so ein bisschen so wie die ganzen Männer, die da gerade versuchen, das Mordwerkzeug irgendwie. Das Testosteron-Maschine von dem ganzen Schiff, das wird hier richtig konzentriert jetzt nochmal, genau. Wir haben nicht mehr so viel, kann man das nicht nochmal nachproduzieren? Ja, wir kommen jetzt so, man merkt das so, ich habe dabei immer so ein Gefühl, es gibt so eine bestimmte Atemfrequenz, wenn sich das so ein bisschen dem Ende neigt, da wird erst dann etwas tiefer eingeatmet und wenn wir jetzt beim Ausatmen noch sagen könnten, was uns noch aufgefallen ist und was uns noch wichtig wäre, dass es noch gesagt ist, was gehört hier noch rein? Ich fand so manche Sets auch, also habe ich ja schon gesagt, Sets beeindruckend, aber auch gerade, wenn wir dann in diesem, relativ zu Beginn, wo wir dann plötzlich wieder unter Wasser sind, die Fische schwimmen und dann ist plötzlich Kay steht da und dann, ach ja, das ist ja ein geiles Labor, hast du halt so ein Riesen-Aquarium noch mit dran, fand ich auch geil. Einfach mal, ja, wer hat das denn wohl mal gebaut? Ach, hier ist seine ganzen Investoren und Geldgeber, damit er da immer so eine tollen Funde macht. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Ja, mir ist eigentlich noch hängen geblieben, gerade für die 50er Jahre, wie passgenau die wirklich versucht haben, das in Evolutionstheorien einzubauen. Ah, schon in der Vorspann, ja, ne? Ja. Das ist die Erde, wie sie gerade abkühlt. Zwar Urknall, aber da heißt es noch von Gott geschaffen, aber dann sieht man ja die Fußspuren aus dem Sand raus, da heißt es schon hier wie Darwin, Survival of the Fittest, also die, die am besten angepasst sind, überleben. So, und da gibt es mehrere, auch so Vokabeln, Variabilität, wird auch gesagt so, die entstammen so aus so einer Evolutionstheorie. Und das wird ja auch mit den Lungenfischen, die sie dann zeigen, das fließt immer weiter rein, sodass das Monster ist nicht nur ein Monster, sondern es entstammt derselben Ahnenlinie wie die Menschen. Ja, das ist mir eigentlich noch aufgefallen, dass das relativ geschickt oder manchmal auch ungeschickt in dem Labor gerade, in dem so ein erst mal fünf Minuten Vortrag kommt, warum der Lungenfisch denn noch auch zur Ahnenlinie gehört. Aber ich muss sagen, ich war sehr aufmerksam, weil ich dieses Setting einfach total spannend fand und dachte, das habe ich noch nie gesehen. Wie auch die gesamte Gruppe zu diesem Agivarium geht, als ob man da wieder zurückgeht zu diesem Fossil. Edutainment at its best, schon in den 50ern, super gemacht. Genau, ja, das ist mir noch aufgefallen. Aber stimmt, das erinnert mich, das ist mir sehr aufgefallen, dass es ständig diese Gruppenbilder gibt, das fängt da ja eigentlich an, dass man sich immer in so eine schöne Traube hinstellt. Die typischen Hollywood-Einstellung, ja. Ja, ja, genau. Fünf Leute, vier Leute, dann auch ja, wenn sie da den halben Berg abgetragen haben, dann stehen sie plötzlich auch einmal so da. Ja. Acht Tage, hat er da. Ja. Das stimmt. Ist auch geil, wie der Bösewicht ständig noch irgendeinen Satz sagen muss, ne? Also einfach so vorgelegt bekommt vom Sklipp immer dieses, ah ja, hier, ist doch egal. Nee, wen willst du damit erschießen? Ach, das ist doch egal, wofür ich das einsetze und so. Wenn sie sich da küssen und her kommt bei der Hapune. Auch vielleicht wieder ein. Tick drüber, aber grundsätzlich funktioniert ja die Szene auch, ne? Und damit wir verstehen, aha, okay, ja, ist der Bösewicht. Und dann nochmal dieser Satz und wo dann eben eher die Pflanze mitbringt, ah, you can play house later und alles so eine Geschichte da immer. Das ist so die grobschlechtige Charakterisierung, die du da angesprochen hattest. Mir ist jetzt vor allem nochmal wirklich aufgefallen, was es nicht gibt und gerade in so Zeiten, in denen es so schöne Science-Fiction-Filme gibt in unserer Gegenwart wie Arrival, die das als Hauptthema nehmen. Ich wundere mich wirklich über die Abwesenheit von Kommunikationsversuchen mit diesem Wesen. Also wirklich, also ich wüsste jetzt gerade, also keine, wo jetzt sozusagen von Menschen die Idee kommt, können wir irgendwie in Kontakt treten mit diesen offenbar ja nicht völlig bescheuerten Wesen. Also im Sinne von, da haben die das da schon so eingesperrt und es gibt kein, also keine Idee zu, also als wäre das gar nicht zu debattieren so. Das fand ich irgendwie interessant, ist mir aufgefallen. Na, ein bisschen benimmt das ja die Kamera, also gerade, es nimmt ja oft die Perspektive ein, dass man auf das Monster schaut und dann wechselt das, dass man aus der Perspektive des Monsters schaut. Ich überlege auch gerade, ne, die benehmen. Ich kommuniziere total viel, es läuft mir ja ganz oft auch direkt ins Gesicht und ich habe nur das Gefühl, als würden die anderen nicht auf die Idee kommen, diesen Pfi mal in die Augen zu sehen. Wisst ihr, wie ich meine? Also alle sehen immer weg und, also ist auch lustig, diese Frau jedes Mal, ah, Hand zum Mund. Die geilste Drehung ist wirklich wie so Terminator-like, so guckt hin, dann drehst du den Oberklubber so, wow, Arnold, da hast du angeguckt. Aber weil wir gerade feststellen, ja, wir haben die Perspektive des Monsters, haben wir eigentlich auch mal die Perspektive der Menschen, also die Ego, die Ich-Perspektive. Ich überlege gerade, wenn sie unter Wasser sind, ob das mal einmal so ein Schuss ist, dass wie einer jetzt so nach was guckt. Ich habe ja das Gefühl, die schwimmen dann halt auf die Kamera zu, der 3D-Effekt, aber dass wir genau die Perspektive von den Menschen einnehmen, bin ich mir jetzt nicht. Zumindest bei der Beobachtung in den Dschungel rein, glaube ich. Wenn sie auf dem Schiff sitzen. Ja, 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 ja. Wenig, ne? Schön. Ich habe es gar nicht verstanden. Ich habe schon so lange nicht mehr gesagt. Ich vergesse auch manchmal, dass es ja ein Audio-Podcast nicht möglich macht, dass wenn ich dabei nicke, dass das irgendjemand merkt. Ich habe noch eine Frage an Max. Hast du eine Ahnung, ist das jetzt so ein Ding, wo 20 Fortsetzungen gekommen sind? Zwei. Zwei Fortsetzungen gibt es tatsächlich, weil du von Universal-Monster gesprochen hast. Ist das so ein klassisches Universal-Monster oder ist es nie dazu gekommen? Na, also klassisch, wie gesagt, es ist halt aus den 50ern. Die ersten oder die ganz großen anderen, die sind ja aus den 30ern. Deswegen ist er irgendwie so ein bisschen spät dran, wo die anderen schon längst ihre Fortsetzungen hatten. Es gibt Revenge of the Creature. Das ist der zweite und der dritte. Hieß nochmal anders. Das weiß ich jetzt aber gerade nicht mehr aus dem Kopf. Wann kam die? War das so zack direkt hinterher? Das ging relativ schnell und es wird auch erläutert, dass das Thema Sequel schon quasi mit den allerersten Treatments und Entwürfen schon dastand. Also, dass der Produzent schon geschrieben hat, es könnte zwei Enden geben. Entweder wir machen King Kong-Style, wird ermordet oder wir machen das so, dass man nicht genau sieht, ob das Wesen jetzt tot ist, sondern einfach sozusagen im Dunkel verschwindet, so wie es jetzt ist. Und das war eben genau, das eine der beiden Enden hat man für das Original verwendet und für die Fortsetzung hat man dann das andere. Es ist dann in der Zivilisation und wird da irgendwie erschossen oder so. Aber hat das anscheinend auch nochmal irgendwie überlebt für den dritten Film. Also, das auf jeden Fall zu belegen ist, wenn man sich diese ganzen Unterlagen und so anguckt. Das Thema Sequel stand sehr, sehr früh schon mit drin, noch bevor irgendeine Kamera jemals in Bewegung gesetzt worden ist, nur von den Entwürfen der Drehbücher her, ja. Und wie gesagt, die zwei Fortsetzungen gab es dann auch auf jeden Fall. Aber dann war Schluss. Naja, je nachdem, wie du dann Shape of Water oder sowas einordnest, aber im Grunde offiziell war dann erst mal das abgedreht und ja, Punkt. Aber gab es immer nur das eine Wesen oder wurde das erweitert in den Fortsetzungen? Auch da wurde eben dieses Thema, gibt es eine Familie, gibt es Kinder oder sonst was oder gibt es irgendwo noch Amphibienmenschen Nummer zwei und dann treffen sie sich mal. Auch das wurde wohl irgendwie thematisiert, aber da kann ich jetzt nicht mehr hundertprozentig sagen, ich glaube es bleibt bei einer Figur. Ach ja, genau, im dritten Teil ist es so, ich habe ihn nicht gesehen, sondern erzähle jetzt nur nach, was ich da gesehen und gelesen habe, dass er irgendwie verbrannt wird oder so und die äußere Haut, diese Schuppenhaut, die ist dann weg, aber die Menschen helfen ihm da zu operieren und er sieht plötzlich viel menschlicher aus. Und am Schluss steht er dann am Meeresrand und blickt auf das Meer und weiß, dass er kann jetzt nicht mehr zurückgehen. Er ist jetzt noch mehr zum Menschen geworden. Ja, aber das ist ja interessant, gerade da das ja ein Amphibienmensch ist sozusagen, dass er dann wirklich eine Metamorphose durchmacht. Die Evolution. Ja. Deswegen bin ich auch ein bisschen, würden mich die auch auf jeden Fall auch mal interessieren, so die zwei Fortsetzungen noch, aber hat sich bisher noch nicht ergeben. Ich bin mir auch nicht sicher, ich glaube die gibt es wahrscheinlich nur in Amerika, ich weiß jetzt nicht, ob es die in Deutschland auch gibt. Ja, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Sehr gut, ich hätte es noch eine halbe hinterher. Gibt es in diesem Dark Universe Reboot Versuch auch die Kreatur, wäre die da auch irgendwo vorgekommen? Ich hoffe, also mein letzter Info war eigentlich, dass die Mumia halt so gegen die Wand oder finanziell nicht das gebracht hat, dass sie erstmal das so ein bisschen auf Eis gelegt haben. Also ich weiß halt noch, den Unsichtbaren und der Wolfsmensch waren so, Johnny Depp und Dings. Also meinetwegen kann da gerne noch mehr kommen. Ich fand diese Mumienverfilmung tatsächlich auch nicht so berauschend, hatte dann auch ganz andere Probleme mit der Grundsituation, aber grundsätzlich bin ich da, bin ich zum Beispiel da sehr offen für, das ist dann, das was andere, für andere die Comicverfilmung sind, wäre bei mir dann eben sowas, diese klassischen Monster in Anführungszeichen, ja. Ich habe jetzt so die neue Podcast-Format-Idee. Frag Max. Ja, weil selber eure Bonus-Material streamen. Hört auf, eure Streaming-Dienste zu nutzen, auf der DVDs und Blu-Rays. Da ist alles drauf. Ja, nee, dafür hat ja einfach gar keiner mehr Zeit und Bock, aber man könnte ja dich fragen. Du hast ja schon mal alles gesehen. Und es ist gerade ganz schön, weil wir hören die Zuhörenden ja nicht raus, dass wir gerade so im Kinosaal sozusagen in der Front sitzen und du uns zugewandt auf dem Stuhl. Und es ist so ein kleines bisschen, Max, du hast ja diese Einführung gemacht, du weißt aber schon noch ein bisschen mehr. Und diese eine Szene. Ja. Und ich kann ja auch nur das nacherzählen, was bei mir hängen bleibt, was andere erzählen. Ja. Und also, wie gesagt, ich kann auch nur empfehlen, dieser Tom Weaver, wer immer über den stolpert, irgendeinen Autokommentar, anhören unbedingt. Ich finde es ungeheuer spaßig, macht er das. Tja, also ich glaube, mehr Service können wir ja heute auch nicht mehr anbieten. Anna, schön, dass du den Weg hier zu uns gefunden hast. Schön, dass ich da sein durfte. Ja, total gerne. Und wie findet man dich auf Twitter? Ich habe das mir leider gerade nicht gemerkt. Mich, man findet mich unter Chikaria und dann findet man mich da auch auf Letterboxd unter demselben Namen. Ja, ich glaube, wir kriegen da noch einen Link reingequetscht in die Beschreibung. Da könnt ihr jetzt eurem Podcatcher in die Hand nehmen und draufklicken. Machst du das eigentlich, Max, wenn du einen Podcast hörst und einer sagt, klick doch da mal drauf. Klickst du dann da in deinem Programm auf so Links drauf? Jetzt, wo mein Datenvolumen bis Monatsende geht. Ja. Gedrosselt ist nicht so. Es ist unterschiedlich. Ja. Also ich merke selbst so dieses Jahr könnt ihr auf der Webseite nachgucken. Ja, nee, mache ich auch eher selten. Aber so, da ich bei Twitter mittlerweile ein bisschen aktiver mal rumschaue, kommt da so manchmal doch irgendwie der ein oder andere Klick zustande. Oder auch dieser Effekt ist, XY hat dieses Gezwitscher mit einem Herzen versehen. Moment mal, dieser Name, der ist jetzt schon mal irgendwo über den Weg gelaufen. Kannst du nicht zuordnen? Ah, gucken wir mal. Ach ja, der ist das und so und so. Also meine Podcastliste ist jetzt glaube ich bei 33 Podcasts gerade ein bisschen nochmal angestiegen. Ja, da kommen dann so einige Querverbindungen und so zustande. Ja. Wir können es ja mal einen Spaß machen und so mal ein paar Twitter-Profile zum Anklicken jetzt in die Beschreibung tun. Vielleicht passt deins auch noch ein bisschen rein, Christian. Irgendwelche Profile. Wo ist dein Twitter-Profil? Ich war nie auf Twitter. Ich habe das nie, nie. Ja, deaktiviert. Gleich auf Instagram. Habe ich auch nicht. Christopher ist weg. Snapchat. Ja, ist doof. Ich nehme mich einfach Badewanne 1, 2, 3. Ja, das glaube ich auch schon weg. Okay, schön. Ich danke euch und ich weiß auch nicht, Max, was sagen wir zum Schluss? Ja, gibt es eigentlich einen Ausblick? Ah, das wäre ja spannend. Kannst du einen geben? Also, ich gebe das gleich zurück. Also, sagen wir mal so, es füllt sich gerade wieder so ein bisschen die Liste. Menschen, die uns ein paar liebevolle Euros in die Kasse geschmissen haben. Die haben dann jetzt auch noch. Ja, das ist clever. Also, wenn ich was spende und würde ich auch so einbauen, könnt ihr mal über jenen oder solchen Filmen sprechen? Da waren dann zufälligerweise auch zwei, drei Filme bei, die fanden wir gar nicht so uninteressant. Da bin ich gerade überhaupt nicht in der Lage, mich jetzt auf irgendwas festzulegen. Kannst du es, hast du dich schon festgelegt, was im nächsten Monat oder irgendwann hier in der Schatzkiste wieder läuft? Genau, nächster Monat erstmal nix im Mai. Weil wir alle den Strand müssen. Nee, ich wollte eigentlich nochmal, aber jetzt ist ein bisschen hinterher gerutscht und überlegen. Naja, es wird auch wieder eine Schatzkiste geben. Ja, was ja anscheinend auch in unserer einen Podcast-Schiene so ein bisschen aufkommt, ist, dass so manche Leute Musikfilme so ein bisschen sich angucken wollen. Ja. Und auch wir haben ja so einen groben Plan. Ach ja, stimmt. Gut, dass du daran erinnerst. Und uns da mit reinzumischen und das Tanzbein zu schwingen. Ja. Ist so eine grobe Sache. Ja, und was hast du daraus gemacht? Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Naja, ich klicke da immer mal einen auf den Deckel zu Hause, weil ich das immer noch nicht intensiv genug vorantreibe, diese Geschichte, dass wir da nicht so vorankommen, wie sich eine gewisse Person das wünscht. Und der zuliebe fühlst du dich verpflichtet, jetzt einfach schon mal die 47 anzukündigen? Können wir ja machen. Was machen wir denn in der nächsten Folge? Ja, einen guten Film und ein schönes Gespräch machen wir nächste Folge. Du hast jetzt sowas von die Chance, gut Wetter zu Hause zu machen. Das dauert ja noch, bis die Folge rauskommt. Ah nee, du bist ja auch schon morgen. Nee, ich glaube, ich gehe jetzt gleich und dann ist es fertig. Ich glaube, wir sind auch viel zu beschäftigt, gar keine Zeit, das zu hören. Alles klar, gut. Nee, vielleicht ein Musical. Ja, das haben wir schon durch. Aber es ist noch nicht schön. Wir überlegen uns das natürlich sehr gut, welche Filme hier wir besprechen. Kennst du Hairspray? Hast du den schon gesehen? Nein. Aha. Haben wir nämlich gerade auf der Bühne erleben können. Ah ja. Das wäre vielleicht auch dann... Aber das ist jetzt auch schon wieder von mir einfach ein Vorstoß, der wahrscheinlich noch gar nicht abgesegnet ist. Wir werden auf jeden Fall noch mehr als genug Filme, haben wir schon festgestellt, existieren da draußen, die man besprechen kann. Und ich wollte jetzt nochmal kurz einen anderen Schwenk. Und zwar hatte ich noch gesehen, der Kommentar von Mirko aus dem Erzgebirge, der zur Spielmaschine vom Todfolge, um nochmal diesen Bogen zu spannen, guckt man eigentlich in die Beschreibung, der sich bedankt hat und auch nochmal ein extra Lob an Marc verteilt hat. Das habe ich sogar heute persönlich sogar vorhin durchstellen können an ihn. Sehr schön, dann bist du schon der Zweite. Das hat er aber auch verdient. Ja, also es gibt auch Leute, die sich bis auf unsere Website durchschlagen. Ja, also das dürft ihr bitte gerne auch weiterhin machen. Wir freuen uns wirklich sehr, wenn wir da was lesen dürfen von euch. Und ansonsten habt ihr ja jetzt Twitter-Profile, auf denen ihr auch gerne Kommentare loswerden dürft. Und dann sage ich jetzt, also auf Wiederhören. Tschüss. Guckt Filme, habt Spaß dabei. Ciao, ciao. Hat die dritte Reihe noch was hier? Ich gehe jetzt in die Badewanne mit einer Geige. Okay. Ich hoffe, das war freigegeben für die Ausstrahlung. Interessante Abendunterhaltung.